Jannik, das ist noch heute seit 27 Jahren der FC Tate, der mit der Standstube der Spieler der Saison, diesmal der Spieler der Saison 2022-2022 und es kennt mich noch mal als Tennis Bulls. Aber nicht nur die Vorbereitung der Spieler vom Gast, ist bei dieser Zeitung entscheidend, werden wir über Eingriffen, sympathisches Auftreten und praktizierte Premiere, das ist auch der Kärle-Mitglieder. Und die werden im Anschluss gezeigt, wegen tagellosen, ordentlichem Weislaufsbilden, Charakterstärke und Aufrichtigkeit an den ganzen Wochen über 27 Jahren eine große Ruhe. Und jetzt wird dieser Vorbereitung so weit kommen wir Ihnen und wir prägenieren hier sehr herzlich dafür, denn wir sind froh und die Fans. Und die sehen ganz genau, welcher Typ du bist, was man nur in mir auch praktiziert. Und es ist immer freundlich, dass Hennner nach uns war, war es immer freundlich. Also, das ist angekommen, da bist du in seiner Sache noch sofort noch angekommen. Es ist nicht sehr glücklich, dass du Spieler, der auch ein Volker bist. Und es ist auch eine gute Tradition, meine Damen und Herren, dass es eine kleine Ehrung natürlich gibt. Und Hennner hatte auch auf ein Geschenk gezichtet und hat gesagt, ich möchte eine kleine Ehrung noch spenden, und zwar für ein Tier in Süditalien. Danke. Danke. Und jetzt? Danke. Aber erstmal vielen, vielen Dank. Ich meine... ohne die ganzen Jungs hier sind ganz ja gar nicht Kriegen, also die macht ja die ganze Zeit immer sterben. Ähm... ja, es sind hier ein bisschen Teil, wo bereits Straßenrunde gerechtigt werden, Teils traumatisiert und... ja, wir haben jetzt Hauptkarten uns, äh, vor Ort und machen halt fenomenale Arbeit, äh... ja, ich glaube, die Spendler gewesen sind, die in seiner Tasche eigentlich das Ganze in der Finanzierungssicherung haltet. Ja. Macht die euch das. Sehr schön, hier ist es gut. Wir, ähm... Wir, ähm... Wir, ähm... Wir, ähm, wir haben die Zierghalde previously, äh... Wir, ähm, jetzt in München das Zierghalde, die sehr, sehr sehr heavily in der Endung haben, klimativiziere die dort, äh... Ein Verrufbegehendes haben wir noch mal, wir können das noch aufnommen. Ja, wunderstöte Äste von der auf die Schuhe von der Waltersäte und der Prüttemberg Magnet, der Berupte und der Liedlerbaum, unser DFBöl, herrschöhn! Applaus 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 Applaus